Steuerliche Aspekte bei der Immobilienvermietung mit Blick auf die Kaution. Ja, da gibt es ja durchaus die ein oder andere Gerüchte im Internet, wie eine Kaution sogar versteuert werden muss. Doch ist da was dran und vor allem, was musst du dazu wissen, damit du vor allem auch keine Fehler machst? Das erfährst du in diesem Video und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuer mit Kopf auf YouTube. Ja, also grundsätzlich muss ich erstmal sagen, was ist eigentlich eine Kaution? Also eine Kaution ist im Großen und Ganzen etwas, das du vom Mieter bekommst, als Vermieter. Sprich, du hinterlegst dann oder du bekommst hinterlegt hier ganz einfach eine Sicherheit. Also eine Kaution ist nichts anderes als eine Sicherheit in Bargeldform. Diese wird normalerweise auf einem sogenannten Sicherungskonto, Kautionskonto, sonst irgendwas hinterlegt. Und jetzt muss man ganz klar sagen, was für Vorteile hat das Ganze? Also der Vorteil ist natürlich, wenn Schäden an der Immobilie entstehen. Also wir reden jetzt nicht hier, die Wude ist abgebrannt oder sonstiges, sondern wirklich so, was weiß ich, das hatte ich bei meiner Wohnung von mir. Da hatte ich, sag ich mal, Schäden mit Blick auf einen Türstock, wo im Grunde jemand dagegen gefahren ist, weil der einen Rollstuhl hatte. Oder zum Beispiel auch, was weiß ich, da geht irgendwas anderes kaputt, sag ich mal, an der Tür oder am Boden oder sonstiges. Oder klassischerweise, wo ich ja auch schon erzähle, Flecken an der Wand, wo jemand, sag ich mal, nicht dann sauber drüber geputzt hat. Dann ist jetzt alles in die Wand rein, dass die Flecken immer wieder durchkommen. All das ist natürlich schon so, wo man sagt, okay, das sind Schäden, die durch eine Kaution abgedeckt werden. Du willst noch mehr? Auf stolmekopf.de findest du unsere brandneuen Online-Kurse, Fachbücher und natürlich auch die Möglichkeit, dir einen 1 zu 1 Online-Beratungstermin mit mir direkt zu buchen. Schau gleich mal vorbei. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass man ganz klar sagen muss, die Kaution ist dafür gedacht, wenn der Mieter irgendwann verschwindet. Denn viele, die ja, sag ich mal, an der Stelle immer über Mietnomaden geklagt haben in dem Zusammenhang, sind diejenigen, die auch keine Kaution hinterlegt haben oder Kaution bekommen haben. Warum? Weil wir ja dann im Normalfall, also ich mache nicht mehr unter 3 Monatsmieten, hier aus Kaution hinterlegen. Einfach deswegen, dass man sagt, hey, das hat man als Sicherheit und kann in dem Zusammenhang hier natürlich, auch wenn die Miete mal ausfällt, sagen, okay, das ziehe ich von der Kaution ab und dann musst du jetzt mal wieder nachzahlen und so weiter und so fort. Gibt es so ein paar Möglichkeiten. Jetzt ist es aber so, wie ist es aber steuerlich? Also die Kaution ist ganz klar an der Stelle hier keine Einnahme. Keine Einnahme. Richtig gehört. Denn in dem Zusammenhang ist es lediglich eine Sicherheitsleistung, die hinterlegt worden ist. Und bedeutet im Zeitpunkt des Zuflusses auf dem Kautionskonto, auf deinem Konto oder sonstiges, je nachdem, wie ihr es vereinbart habt, ist das keine im Großen und Ganzen an der Stelle in irgendeiner Form, sage ich mal, ja, Einnahme. Eine Einnahme ist es erst in dem Zeitpunkt, in dem an der Stelle hier die Kaution eingelöst wird. Also sprich, du jetzt hergehst und sagst, okay, jetzt muss ich den Schaden hier bezahlen. Dann ist es aber trotzdem so, das Ganze ist für dich steuerlich neutral. Warum? Weil du einmal hier die Einnahme hast, also sprich, die Einnahme, die dir hier zufließt in dem fiktiven Zeitpunkt, die ist ja schon früher zugeflossen, aber jetzt ist es auch hier als Einnahme vorhanden. Und gleichzeitig hast du aber die Werbungskosten, die du ausgeben musst für die Reparatur, Handwerker, sonst irgendwas, Maler, was weiß ich, kannst du wieder gegenrechnen. Also Einnahme 100%, Abzug 100%. Für dich also im Endeffekt steuerlich neutral keine Einnahme und auch selbst bei der Einlösung keine Einnahme. Das ist so ein klassisches Beispiel, wenn man sagt, hey, wir haben hier eine Kaution in Höhe von 3.000 Euro. Der Vermieter verwendet die Kaution zur Finanzierung von Reparaturen am Mietobjekt. Die Reparaturkosten belaufen sich in dem Fall auf 2.500 Euro. Der Vermieter kann die Kaution in Höhe von 2.500 Euro zum einen als Einnahme hier verbuchen, gleichzeitig aber auch wieder als Erwärmungskosten gegenbuchen. Wichtig ist auch ebenso natürlich mit Blick darauf, wenn die Kaution dadurch ausgenutzt wird, dass der Mieter seine Miete nicht zahlt, ist es auch in Anspruchnahme der Kautionszeitpunkte, also wenn der Mieter nicht mehr zahlt, ganz einfach und ausgezogen ist vielleicht, dann darf ich an der Stelle hier auch diese Einnahme oder muss ich diese Einnahme versteuern. Und das kann durchaus natürlich auch spannend werden. Hier habe ich aber dann keinen Wärmungskostenabzug. Ach übrigens, auf steuer-me-kopf.de findest du jetzt auch unsere Online-Kurse, den Link zur 1 zu 1 Beratung und vieles mehr. Schau gleich mal vorbei, denn du weißt ja, Steuern spart, wer Steuern plant.